Unseren Gästen stehen komfortabel und liebevoll eingerichtete Zimmer mit einem faszinierenden Ausblick auf die Großahler Bergwelt in vier verschiedenen Kategorien zur Verfügung. Zimmergrößen von 18 bis 30 Quadratmeter oder Familiensuiten bis über 50 Quadratmeter bieten ausreichend Platz zum Entspannen und Verweilen. Für unsere Edelweißzimmer haben wir einen Platz in der Tiefgarage reserviert. Unsere Gäste der Anike und Enzianzimmer parken direkt am Haus. Ankommen und wohlfühlen im Hotel Graz in Großall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017